Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über das Lied Schrei nach Liebe von den Ärzten. Aktion Arschloch ist es eine deutsche Initiative gegen Fremdenfeindlichkeit, deren Ziel es ist, die Medienpräsenz des Liedes mithilfe sozialer Netzwerke zu erhöhen. Die Aktion wurde international bekannt. Dadurch belegte der Song Platz 1 in den deutschen Charts am 11. September 2015. Es ist das erste Lied der Gruppe, in dem sie öffentlich-politisch protestieren. Sie verzichten bewusst auf politische Aussagen und stellen den Spaßfaktor in den Vordergrund. Die Probleme werden von den Ärzten geschildert und ironisch kommentiert. Der Text befasst sich intensiv mit Vernachlässigungen durch Eltern oder Freundinnen. Sie stellen den von diesem Mann, lieben Kerl, ausgeübten Faschismus in Frage. Das Lied wurde geschrieben als Zeichen, den in den Fremden heißt in Deutschland. Es war eine Reaktion der Band auf gewaltsame Übergriffe. Das Lied wurde von Bella Befaria Urlaub und den Ärzten geschrieben. Es kam nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder in die Charts. Das Lied Schrei nach Liebe von den Ärzten wurde 1993 veröffentlicht. Es erschien auf dem Album Bestie in Menschengestalt. Es war die erste Single der Band, die nach der Wiedervereinigung veröffentlicht wurde. Auf diesem Bild kann man die drei Mitglieder der Band, die Ärzte, erkennen. Auf diesem Bild sieht man einen Ausschnitt aus dem Musikvideo Schrei nach Liebe. Vielen Dank.